Bei den Sportwagen bis 2000 Kubikzentimeter waren viele Eigenkonstruktionen am Start. Ein Sturz, der aber noch glimpflich für den Fahrer ablief. In diesem Rennen siegte Paul Kling auf BMW Veritas. Er fuhr mit einem Durchschnitt von 113,6 Stundenkilometern die Bestzeit aller Wagenfahrer. Nun die Renn- und Sportwagen. Schnellster Fahrer des Tages war Ries auf BMW mit 99,2 Stundenkilometern. Gab es äußerst spannende Kämpfe, besonders in der Sportwagenklasse bis zu zwei Litern. Adolf Aachen und der Mannheimer Helfrich lieferten sich ein erbittertes Duell. Ein dramatischer Zwischenfall, aber es ging noch einmal gut ab. Sieger wurde Helfrich Mannheim mit einem neuen Klassenrekord von 162,8 Stundenkilometern. Im Rennen der Wagen nach der Formel 2 lag Karl Kling Stuttgart Nummer 124 an der Spitze auf Veritas Meteor. Kling fuhr mit 203,8 Stundenkilometern den besten Tagesdurchschnitt. Er gewann das Rennen vor Tony Ulmen. Start der Sportwagen bis 2000 Kubikzentimeter im Maipokalrennen auf dem Hockenheimring. Ein Zwischenfall, der glücklicherweise harmlos ausging. Sieger wurde Tony Ulmen Düsseldorf auf Veritas. Nach 13 Jahren stand die Abus wieder im Zeichen eines großen internationalen Rennens. Hunderttausende säumten die berühmte Berliner Rennstrecke. Der Meisterschaftslauf der Formel 2 Wagen ging über 25 Runden gleich 207,5 Kilometer. Vom Start weg übernahm Paul Dreyf zu auf BMW Eigenbau die Führung, hart verfolgt von Tony Ulmen auf Veritas. Die gewaltige Nordkurve am Funkturm zeigt die Kurventechnik der Fahrer aus sechs Nationen. Eine Schrecksekunde und ein blitzschnelles Reaktionsvermögen von Josef Peters Düsseldorf. Immer noch halten Greif zu und Ulmen mit mörderischem Tempo die Spitze. Ulmen muss Reifen wechseln. 19 Sekunden Zeitverlust, die nicht mehr aufzuholen sind. Mit einem Kilometer Vorsprung geht Paul Dreyf zu durchs Ziel. Ein glänzendes Rennen und ein großartiges Comeback der Berliner Abus. Finale der Motorsport-Saison auf dem Grenzlandring. Hans Stuck auf AFM war Favorit in der Rennwagenklasse Formel 2. Aber beste internationale Konkurrenz trat gegen ihn an. Paul Greif zu auf BMW Eigenbau, er wies sich als gefährlichster Rivale des Altmeisters. Die 200.000 Zuschauer sahen packende Duelle auf Deutschlands schnellster Rennstrecke. Hans Stuck fuhr die zwölf Runden wie in seinen besten Tagen und siegte gefeiert und bejubelt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 206,3 Stundenkilometern. Im Mittelpunkt der Wagenrennen stand der Lauf der 1,5 Liter Sportwagen. Ein aufregender Zwischenfall. Rosenhammer Nummer 27 siegte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 169 Kilometer. Mit dem internationalen Abus-Rennen in Berlin fand die Rennsaison 1952 ihren Abschluss. Zu einem Höhepunkt wurde die Konkurrenz der Formel 2-Wagen. Mit Ries und Klenk auf Veritas und dem Schweizer Fischer auf Ferrari. In der siebenten Runde jagte der Schweizer Nummer 119 auf und davon, ließ seine Verfolger buchstäblich stehen und begann das Feld zu überrunden. Sieger Fritz Fischer Schweiz. Applaus 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 Vielen Dank.